Hier sind die gruseligsten Bilder, die es im Darknet gibt. Nummer 1. Und zwar wurde dieses Bild im Darknet gefunden von jemandem namens Jason. Jason wollte ganz normal ins Darknet gehen, um sich ein paar Bilder anzuschauen oder sonstige Sachen, die ich eben nicht erwähnen darf. Und er ist tatsächlich auf dieses Bild hier gestoßen und es weiß keiner, was das für ein Bild sein soll. Nummer 2. Dieses Bild hier wurde ebenfalls von Jason entdeckt und es weiß bis jetzt auch keiner, was auf diesem Bild zu sehen ist. Man sieht zwei Babys, die schreien und auf jeden Fall nicht auf dem Schoß von diesem Mann hier mit einem Hasengesicht sitzen. Nummer 3. Und das unerklärlichste Bild, was es so gibt. Und zwar sieht man hier eben eine Frau, die praktisch liegt, aber das nicht auf dem Boden, sondern einfach in der Luft. Bis jetzt weiß keiner, was es mit diesem Bild auf sich hat. Also es weiß einfach niemand. Was man sagen kann, ist, dass das Bild wirklich kein Fake sein kann, weil es sehr, sehr schwer ist, alte Bilder, also Schwarz-Weiß-Bilder,